Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe von einem weisen Professor aus Palima gehört, man sollte sich Zeolit ins Gesicht schmieren als Maske. Das habe ich auch meiner jüngsten Tochter gestern Abend gesagt. Sie hat das gemacht und hat ein unglaublich tolles Feeling erlebt. Viele Pickel waren danach wirklich viel trockener, fast weg. Und was da genau passiert ist, es geht anscheinend auch um Silizium, was in die Haut geführt wird. Das hat mir Professor Hecht einmal erklärt im Zusammenhang mit dem Schönheitsideal von Kleopatra, die das auch schon gemacht hat. Schauen wir uns das nochmals an, was jetzt da genau passiert ist und auch, was mit dem Bindegewebe passiert. Deshalb habe ich gefragt, dass der Professor Hecht aus Berlin uns doch nochmals das erklären möge und er ist hier. Hallo, lieber Herr Professor Hecht, herzlich willkommen. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24 im Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin heute gebeten worden, zu Ihnen zu dem Thema zu sprechen, junges und sauberes Bindegewebe mit dem Selekat Naturzeolit. Das Bindegewebe verbindet alle Strukturen und Funktionen eines hochentwickelten Lebewesen und es enthält dieses Bindegewebe, das größte Funktionsorgan des Menschen, die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix. Viele kennen das nicht und viele Ärzte auch nicht. Und deshalb möchte ich das ganz besonders erläutern, weil das im Zusammenhang mit den Wirkungen des Zeolit steht. Man kann den Wirkungsmechanismus von Naturzeolit nur verstehen, wenn man die Kenntnisse auch dieser Grundsubstanz der extrazellulären Matrix hat. Naturzeolit ist ein Silikat und Silikate sind stabile Silizium- und Sauerstoffverbindungen. In dem also auch andere Elemente wie Aluminium und Magnesium oder Eisen einbezogen sind. Das einfachste Silikat ist das Siliziumdioxid, das ist auch als Kieselsäure bekannt. Aber auch Ton, Tonmineralien, Tonerden sind Silikate und die haben also immer eine große Rolle im Laufe der Geschichte bei der Schönheit der Frauen eine Rolle gespielt. Aber jetzt erst mal zur Grundsubstanz der extrazellulären Matrix. Sie ist ein unspezifisches Funktionssystem und ist dem spezifischen zellulären Substanzsystem vorgeschaltet. Also zum Beispiel der Leber, der Herzen, der Muskel und der gleiche mehr. Die extrazelluläre Matrix wird gesteuert von hormonellem System und vor allem von dem Nervensystem. Sie reguliert eigentlich das Funktionsgleichgewicht unseres Körpers. Ohne diese extrazelluläre Matrix kann eigentlich nichts ablaufen. Die Grundsubstanz der extrazelluläre Matrix verfügt über ein Molekularsieb mit Zellverbänden. Und sie erstreckt sich zusammenhängend durch den ganzen Körper. Also verbindet Bindegewebe alle Organe miteinander. Es ist gleichzeitig auch das System der ganzheitlichen Grundregulation. Und die Elemente dieser Grundsubstanz der extrazelluläromatik sind die Kapillaren des Blutes und der Lymphe. Das sind die Bindegewebszellen und die Strukturen. Das sind die vegetativen Nervenfasern, die Lymphwege und Neurotransmitter. Und das Siliziumdioxid. Das Siliziumdioxid eben durch die Silikate den Körper geliefert. Bewirkt das alles im Bindegewebe, in der extrazelluläromatik läuft. Hier habe ich Ihnen das Modell einmal noch mal dargestellt. Das ist die extrazelluläre Matrix. Oh, die Seite verkehrt. Hier ist der Darm. Die Seite verkehrt. Genau, jetzt ist es besser. Entschuldigung. Hier ist der Darm. Und vom Darm fließen die Lymphe herein, das Blut geht wieder heraus. Vom vegetativen Nervensystem wird ja der Nerval versorgt. Und hier ist das Molekularsieb. Und hier wird versorgt und entsorgt. Das ist also das Grundprinzip. Ich will hier noch einmal, ich will hier kurz zeigen, wie das in der Natur aussieht. Das ist der Verdauungstrakt. Und unter der Verdauung, unter der Schleimhaut des Verdauungstraktes befindet sich diese Bindegewebe mit der extrazellulärer Matrix. Und das erstreckt sich über 400 Quadratmeter. Das respiratorische System, also das Atemensystem, hat etwa 80 Quadratmeter. Und unter der Haut sind drei Quadratmeter an diesem Bindegewebe und an dieser extrazellulären Matrix. Ich will Ihnen hier mal eine Vergrößerung elektronmikroskopisch zeigen. Das ist zum Beispiel eine Kapillare. Und hier haben Sie ein rotes Blutkörperchen. Hier sind die Nerven, die hier enden. Und hier sind die Lymphen. Und hier ist das Molekularsieb, in dem also bewirkt wird, was in die Zelle kommt oder nicht hereinkommt. Ich will Ihnen das alles noch einmal an einer Strukturschema zeigen. Denn das ganze System wird reguliert durch unser Gehirn. Wir haben also das neurorormonelle System, das neuroimmunale System und das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem hat zwei Nervensysteme. Das ist also der Sympathikus, das ist der Aktivator, das ist auch der Stressnerv. Und der Parasympathikus ist der Bremser der Ruhe in Körperschaft, der die Relation bewirkt. Und alles wirkt dann auf diese extrazelluläre Matrix und dann weiter auf die Körperzellen. Also es besteht eine Verbindung von Gehirn über das hormonelle und Immunsystem bis hinein in die extrazelluläre Matrix und in die Zellen. Deshalb ist es wichtig, dass man zum Beispiel auch heute die Psychoimmunologie und die Neuro-Psychoimmunologie mit beachtet, wenn man also öfters die Corona-Seuche verbanden möchte. Im Grunde genommen geht jeder Stress bis in die extrazelluläre Matrix und dort in die Zellen. Und das muss man also, wichtig, weil dort werden die Stresshormone ausgeschüttet und es entstehen Entzündungen und aufgrund dessen auch dann die entsprechenden Erkrankungen. Ich will das hier noch einmal sagen, eine zum Beispiel Gifte, Strahlungen, auch Medikamente, alles bewirkt eine Überproduktion an Entzündungsstoffen, die dann zur Störung führen, zum Schmerzen, zur Erschöpfung und schließlich dann zu vielen Krankheiten. Das muss man berücksichtigen. Also über unser Nervensystem geht alles bis in diese extrazelluläre Matrix und dort hat er entschieden, was also geschieht und wir müssen sie also in bestimmter Weise schützen. So, was sind die Funktionen der extrazellulären Matrix? Also sie sichert das Ganze Regulationsgleichgebung. Sie hat die Molekular-Sieb-Funktion, die also reguliert, was in die Zellen geht und was aus den Zellen herauskommt. Sie reguliert die Ionen-Austausch-Funktion. Sie katalysiert Verdauungsprozesse. Sie bewirkt die Adoption, also die Bindung von Giften und Schadstoffen. Sie hat eine bestimmte Rhythmus-Taktierung. Also das läuft alles dort in bestimmten Frequenzen auf. Die Frequenzen in unserem Körper sind gewöhnlich 10 Hertz. So laufen eigentlich alle unsere Zellen, kommunizieren in dieser Frequenz. Weiter findet hier die Bode-Insynthese statt und auch die kolleidale Regulation. Und die Eigenschaften der extrazellulären Matrix sind fast die gleichen wie die Wirkeinschaften des Seliciumdioxid. Sodass wir sagen können, dass Seliciumdioxid, was ja also zum Beispiel durch Naturzelluliz freigesetzt wird, ist das dominierende Element der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes. Bewirkt wird in der... Darf ich kurz fragen? Dieses Silicium, das könnte ich jetzt in kolleidialer Form ins Gesicht schmieren zum Beispiel? Ja, 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 auch, auch. Die Grundregulation der extrazellulären Matrix sind folgende. Sauerstoffwechsel, Elektrolytstoffwechsel, elektrophysiologische Potenziale durch die Elektrolyte. Der Wasserhaushalt wird reguliert. Die Hydration des Gewebes, dass unser Gewebe straff ist. Der Säurebasen-Gleichgewicht wird damit hergestellt. Damit also die pH-Regulation, was sehr wichtig ist. Und was ganz wichtig ist, in den Bindegeweben, in der extrazellen Lermatik, ist das unspezifische Immunsystem, was also 70 Prozent des gesamten Immunsystems beträgt. Auch die Thermaregulation findet statt und Heilung und Wachstum. Die Grundsubstanz der Nahrung der extrazellen Lermatik hat also eine Molekularsieb-Funktion, die also reguliert, was in die Zelle reingeht und was nicht. Das Molekularsieb ist praktisch ein Schutzschild gegen Gifte. Sobald also die extrazellen Lermatik zum Beispiel vergiftet ist, wird auch das Molekularsieb durchbrochen. Und auf diese Art und Weise kann dann zum Beispiel auch Krebs entstehen. Die extrazellen Lermatik erstreckt sich über den ganzen Körper. Das muss man wissen. Da gibt es keine Unterschiede. Und zum Beispiel, wenn man sagt, Amalgam- oder Zahngeschwüre rufen Rheuma hervor oder andere Stoffe, so hängt das mit der extrazellen Lermatik zusammen. Die Bakterien, die zum Beispiel bei einem Zahngeschmier oder einer vereiterten Zahnwurzel oder überhaupt einer entzündeten Zahnwurzel oder durch Amalgam, das geht in die extrazellen Lermatik und kann in den ganzen Körper gehen und kann hier dann zu entsprechenden Schmerzen und zu Veränderungen führen. Umgekehrt kann es so sein, wenn ich zum Beispiel einen Stoff nehme und das transdermal appliziere, wie zum Beispiel das Magnesiumchlorid-Spray, wenn ich das auf den Körper spritze, ist es ganz gleich, wo ich das hinspritze. Es ist zwar dort, wo ich vielleicht Schmerzen habe, aber das geht bald durch den ganzen Körper in der extrazellen Lermatik und somit ist das ein ganz zusammenhängendes System und nicht nur alles ist lokalisiert, sondern das hängt zusammen und das muss man also auch sehen. Dann habe ich davon gesprochen, dass die kollidale Phase, dass alles erst kollid abläuft. Was ist kollid? Kollid ist ein Flüssigkeitszustand mit kleinen, energetisch-elektrischen, negativ und positiv geladenen Ionen oder Atomen. Und die kollidale Lösung hat gewöhnlich Teilchen von 1 bis 100 Nanometer. Das sind aber alles Ionen oder Atome. Und diese Teilchen stehen durch ihre Ladungen untereinander in Verbindung. Und die kollidale Lösung, alle unsere Körperprozesse laufen als solche ab, schaffen ein Spannungsverhältnis und somit entziehen sie sich der Gravitation. Wenn wir unser Blutsystem der Gravitation unterlegen, würde das immer nach unten gehen. Dann würden wir keinen Venen-Rückfluss haben. Oder die Lymphe würde sich überhaupt nicht bewegen, wenn das nicht kollidial wäre. Und so sind eigentlich alle die Lymphe, das Blut, der Speiche, die Verdauungssäfte, der Urin, das Spermium, Tränen, alles sind kollidial. Und nur so kann unser Körper existieren. Aber nicht nur der Körper, unsere Lebenswesen. Die Bäume könnten nicht, wenn sie ziehen, dass die Flüssigkeit kollidial nach oben, damit sie also versorgt werden und die Blätter. Also die Natur ist kollidial. Und in vielen Gewässern findet man also diesen kollidalen Zustand. Und dort vor allen Dingen, wo viel Ton, wo viel Lehm ist, ist die Flüssigkeit immer kollidial. Der Nobelpreisträger, der russische Nobelpreisträger Meschnikov, der von 1845 bis 1916 lebte, hat postuliert, man ist so alt wie sein Bindegewebe. Und das Bindegewebe wird also durch das Silizium bestimmt. Das Silizium, das Bindegewebe ist straffender Haut, glänzender Haare und glatte Fingernägel. Und des Weiteren ist bekannt, dass das Siliziummolekül Strukturaufbau über die Proteinsynthese bewirken kann und unsere Gewebeerneuerung stimulieren kann, sodass wir also auch das Gewebe verjüngen können. Das hat als Erste die amerikanische Siliziumforscherin Edith Murel-Kaleise 1986 nachgewiesen. Und wenn wir genügend Silizium haben, ist das Bindegewebe und die Haut straff. Das Baby hat das meiste Silizium. Und mit zunehmendem Alter nimmt das Silizium ab, wenn man nicht zunimmt. Und dann entsteht eine solche Haut. Das Silizium-Deoxet wird das Mineral des Bindegewebes auch bezeichnet. Es übt eine regulierende Funktion aus. Und deshalb ist es notwendig, dass wir also immer polyetales Silizium im Körper haben. Wenn Silizium fehlt, dann funktioniert die extrazelleleere Matrix nicht oder sie funktioniert nicht, wenn sie verschmutzt ist. Rudolf Wirchow, dessen 200. Geburtstag, wir dieses Jahr gefeiert haben, hat gesagt, Krebs entsteht im Bindegewebe. Also in dieser extrazelleleere Matrix. Er hat das angeführt. Also nicht in der Zelle, sondern in der extrazelleleere Matrix im Bindegewebe. Und eine saubere Grundsubstanz der extrazelleleere Matrix ist eigentlich die Grundlage für eine Gesundheit. Und die Experten haben für die extrazelleleere Matrix symbolisch verglichen mit einem Deich, der klar ist. Hier sind die Organe. Hier fließt sauberes Blut herein. Also es ist alles in Ordnung. Und hier kann alles gut ablaufen, so wie ich das bisher dargelegt habe. Nun ist aber der Mensch leider heute versorgt mit vielen, vielen Faktoren. Und das alles läuft in die extrazelleleere Matrix. Das ist der psychologische Stress, der Elektrostress, der obstative Stress, der Lärmstress, Schlafmangel, Bewegungsmangel. Das Blum-Out-Syndrom, Klima und Wetter, Medikamente, Mineralmangel, Dysmineralose, Infektionen, Chemikalien aus der Luft, Wasser und Nahrung, Alkohol, Rauchen, Immunschwäche, Krankheitssymptome. Alles das kommt in die extrazelleleere Matrix und dann symbolisch sieht die dann so aus. Also wenn wir das nochmal vergleichen, sehen Sie, dass so verschmutzt ist dann die extrazelleleere Matrix bei vielen Menschen. Und deshalb muss sie sauber gehalten werden und das ist der Meister der Entgiftung der Zeolit. Wir müssen den Zeolit nehmen, ihn einnehmen als Suspension und dann können wir unsere extrazelleleere Matrix sauber halten. Aber es gibt auch das ultrakoholidale Silizium, was das gleiche bewirkt wird von der Firma Eberquell zum Beispiel hergestellt. Und wenn wir Zeolit genommen haben oder dieses koholidale Silizium, dann ist die extrazelleleere Matrix wieder in Ordnung. Und dann funktioniert alles und man ist also gesund und auch das Immunsystem wird dadurch gestärkt. Ja und wer dann sich vor allen Dingen einnimmt und seine Haut pflegt mit Silikaten, zum Beispiel mit Ton oder mit Zeolit, wird so eine schöne Haut haben wie die Nocphatete, die immer mit Ton ihre ganze Haut gepflegt hat. Das ist also verbrieft. Und die moderne Frau macht natürlich Gesichtsmasken aus Zeolit und kriegt dadurch eine wunderbare, saubere Haut. Wenn er dann noch Zeolit einnimmt, wenn sie noch Zeolit einnimmt oder auch polydales Silizium, ist das noch besser. Und ich wiederhole noch einmal, in der Jugend haben wir viel Silizium und dann haben wir ein gutes Bindegewebe und eine glatte Haut. Und wenn man älter wird, kann also das passieren. Aber das muss nicht sein, dass diese Damen runzelige Haut haben. Wenn sie Silizium-Dioxid und näher Zeolit nehmen, dann können sie glatte Haut nehmen. Hier sehen Sie zwei Herren, die sind 90 Jahre alt und haben ständig Zeolit einnehmen. Und schauen Sie sich die glatte Haut an. Hier sehen Sie, wie man durch Naturzeolit und durch polydales Silizium seine Bindegewebe und somit seine Haut, den Haarwuchs und so weiter, das bei weiten Herren so sehen, kann man also erreichen. Und das empfehle ich natürlich zur Nachahmung. Es ist also jedenfalls wissenschaftlich belegt, dass Silizium oder Silikate, darunter also auch das Naturzelit, das biologische Altern verzögern oder hemmen kann, die Atheosklerose verhindern kann, Faltenbildungen der Haut verhindern kann, Verkalkungen der Aorta und so weiter hemmen kann. In der Antike wurde Silizium schon als Verjüngungssalz bezeichnet. Und deshalb sollte man sich immer Silikate zuführen, weil sie die Grundsubstanz der Extrateleomatik, das größte regulierende Organfunktion unseres Körpers, immer in voller Funktion aufrechterhält. Das wünsche ich Ihnen allen. Und somit eine glatte Haut ohne Falten. Super. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Hecht. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist ein ganz günstiges Kosmetikum, kann ich heute auch sagen. Dieses Zeolit schnell ins Wasser einzureiben und eine Paste sich ins Gesicht zu geben. Wunderbar. Und wenn wir damit auch den Silikathaushalt in unserem Körper natürlich erhöhen, dann sorgen wir natürlich von innen und von außen eigentlich langfristig einem schönen Aussehen entgegen, aber insbesondere auch einer Gesundheit, denn die Entgiftung ist ja auch da, die Mineralienzufuhr ist da, der Ionen-Austausch ist da, Säure-Base-Haushalt wird ausgeglichen und, 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 und. Ich habe so viele Vorträge und Vorlesungen schon von Professor Hecht gehört und Sie können diese gerne auch auf QS24 im YouTube-Kanal einfach immer wieder nachschauen. Zeolit scheint wirklich ein Mineral zu sein, führt ja als Medizin des 21. Jahrhunderts. Alles Gute wünsche ich Ihnen auf dem Weg, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Vielen Dank.